Sommergespräche mit Simone Striebe. Die letzten Monate hatten es in sich erstmals türkis-grün, neue Oppositionsrollen und dann Corona. Was hat die Krise mit uns und der Politik gemacht? Wie haben meine Gäste die Krise ganz persönlich erlebt? Wir ziehen Bilanz und blicken nach vorn. Sommergespräche 2020. So besonders wie unsere Zeit. Ab 3. August im ORF 2.